Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um was extrem Spannendes, um etwas, womit man in den letzten Monaten sehr große Gewinne einfahren konnte. Und die Frage für dich, kannst du vielleicht auch für die nächsten Monate oder Jahre von diesem Trend noch profitieren und partizipieren und genauso große Gewinne einfahren? Das werden wir in diesem Video beleuchten. Worum geht es? Es geht um NFTs, Non-Fungible Tokens. Es geht grundsätzlich um die Blockchain und auf der Blockchain sind Non-Fungible Tokens nicht fungible Tokens. Also nicht fungible heißt, es sind Unikate. Ein Einfamilienhaus ist nicht austauschbar mit einem anderen Einfamilienhaus, die sind also nicht fungible. Ein 100-Euro-Schein ist ganz leicht austauschbar mit einem anderen 100-Euro-Schein. Also nicht fungible digitale Produkte, die auf der Blockchain hinterlegt sind. Das können Bilder sein, das können Kunstwerke sein, das können Videos sein, das kann alles Mögliche sein. Du kannst also jetzt, was du früher nicht konntest, sagen, dieses Bild, dieses JPEG oder dieses PNG oder dieses Video gehört mir. Ich habe das gekauft. Das ist auf der Blockchain für jeden öffentlich einsehbar hinterlegt, dass ich dieses Ding gekauft habe. Und das eröffnet unfassbare Möglichkeiten für die Zukunft. Du wirst zum Beispiel sehen, dass Konzerttickets in Zukunft nicht mehr so verkauft werden, sondern Konzerttickets werden als NFTs verkauft werden. Es wird mehr oder weniger in den nächsten 5 bis 10 Jahren, schätze ich mal, alles zu einem NFT gemacht werden. Und das zu verstehen ist grundsätzlich ganz wichtig und deswegen habe ich sehr früh sehr viele Videos zu diesem Thema gemacht und habe euch hier auf YouTube kostenlos auf diverse Investmentmöglichkeiten hingewiesen. Und der ein oder andere, der es gemacht hat, hat inzwischen schon sehr viel Geld verdienen können. Und ich mache parallel dazu eine Money Mentoring Gruppe, die heißt Future of Finance, in der wir uns jeden Dienstag in einer Gruppe über Zoom-Calls treffen. Und ich berichte immer davon, in was ich gerade investiere, was ich interessant finde, was ich glaube, was die Zukunft ist und wofür ich mein Geld verwende, um es zu investieren. Und sehr viele meiner Gruppenmitglieder, das ist natürlich nie eine Anlageberatung, hören zu, schauen, was davon interessiert sie und investieren in das eine oder andere auch. Und wir haben ganz, ganz krasse Ergebnisse. Wir haben, ein Gruppenmitglied hat 41.000 Euro investiert, hat mich am Wochenende angerufen und gesagt, Maik, ich bin jetzt bei 123.000 Euro. Und gestern haben wir telefoniert, da hat sie gesagt, oh, jetzt marschiere ich gerade auf die 200.000 Euro zu. Also da war in den letzten Monaten sehr viel möglich und wir schauen jetzt mal rein, ob da in den nächsten Monaten und Jahren für dich auch noch was möglich ist. Wie gesagt, ich mache dazu eine Mentoring Gruppe, wo Menschen mir über die Schulter schauen können. Wenn du dich für diese Gruppe interessierst, melde dich einfach an für einen Termin unten, für einen Telefontermin. Dann telefonieren wir miteinander und schauen mal, ob das für dich was ist. Jetzt nehme ich die mal mit auf meinen Rechner und ich zeige dir mal, dass ich vor vier Monaten ein Video gemacht habe, wo es darum ging, sind NFTs das nächste große Ding. Du siehst hier CryptoPunks und ich habe dann was zum Thema SoRare gemacht, das sind Fußballkarten. Und hier habe ich das Video gemacht, CryptoPunks, der nächste Bitcoin? Und ich habe für mich damals die Frage schon mit Ja beantwortet und habe deswegen in CryptoPunks investiert. Was sind denn CryptoPunks? CryptoPunks sind 10.000, du siehst hier einen Teil, dieser 10.000 einzigartigen Charakteren mit einzigartigen Wesenszügen. Ja, da sind Zombies dabei, da sind Affen dabei, da sind Aliens dabei, Affen und Zombies, aber auch ganz normale Männer und Frauen. Und ich bin dann hergegangen und habe damals geschaut und habe gesehen, okay, was gibt es denn da? Und habe hier meinen ersten Punk gekauft. Mein erster Punk war diese Dame hier, die sieht so aus. Ich habe diesen ersten Punk gekauft. Das Schöne ist, es gibt immer so viele, die sagen, ja und ich habe damals schon gesagt, bei drei Euro, du sollst in Tesla investieren. Und das ist aber überhaupt nicht nachprüfbar. Bei mir ist es ganz einfach, weil die Blockchain eben öffentlich ist, kannst du alles, in was ich investiert habe und in was andere investiert haben, öffentlich einsehen. Du wirst also sehen, dass der CryptoPunk mit der Nummer 1548 am 28. Februar von mir für 24 Ether und 62, das waren damals 33.000 Dollar, gekauft wurde. Ich weiß, das ist stolz. Ich habe diverse Investments auch umgeschichtet, aus anderen Assetklassen raus, in NFTs rein und so ging das. Und jetzt schauen wir mal, das ist dieser CryptoPunk und dieser CryptoPunk hat was? Einen dünnen Mohawk, also einen dünnen Irokesenschnitt, einen Purple Lipstick, also einen Lippenstift und einen Ohrring. Wenn wir jetzt mal schauen, es gibt 441 Punks, die einen dünnen Irokesenschnitt haben. Dann schauen wir mal, von denen sind 40 im Moment im Verkauf. Die Dame hier ist relativ ähnlich zu meiner Dame, die wird jetzt verkauft für 57 Ether. Für 57 Ether wird die angeboten für 157.000 Dollar. Wohlgemerkt, ich habe gekauft für 33.000 Dollar. Also, das sind die, die angeboten werden. Das ist die, die vor vier Stunden verkauft wurde. Also, es sind auch nicht nur irgendwelche Fantasie-Angebotspreise, sondern dieses Geld wird bezahlt. Für 53 Ether. Übrigens, hier hat einer ein gutes Geschäft gemacht. Der hat für 50 Ether diesen CryptoPunk gekauft und hat ihn gleich geflippt für 53 Ether, also für 138, 46, für 8.000 Dollar verdienst. In ein paar Minuten, indem er diesen Punk gekauft und gleich wieder weiterverkauft hat. Ich habe dann als nächstes, habe ich hier meinen Lieblingspunk gekauft. Die Dame war inzwischen schon ausgestellt in Miami, in London und in New York. Da waren große Straßenausstellungen mit ein paar ausgewählten CryptoPunks. Die habe ich auch am 28. Februar gekauft. Die war damals sehr teuer. Da haben auch CryptoPunk-Profis danach zu mir gesagt, war vielleicht ein bisschen viel. 35 Ether, 47.000 Dollar. Wir schauen jetzt mal, der letzte Verkauf von einer kurzhaarigen Blondine, 57 Ether für 157.000 Euro. Und die nächste, die du überhaupt nur kaufen kannst, Short-Head Blond, also kurzhaarige Blondine, von denen gibt es nämlich nur sehr wenige. Wir schauen nochmal, wie viele, es gibt nur 129, ist bei 71 Ether, bei fast 200.000 Dollar. Und dann habe ich hier noch, der sieht aus wie Hulk Hogan. Der hat damals gekostet 42.000 Dollar, 23 Ether. Und wenn du jetzt, das ist ein Albino, wenn du jetzt so einen Albino in dieser Art kaufen möchtest, also mit diesem Schnurrbart, also Dorag heißt es, so wie ein Hulk Hogan auch hat, dann schauen wir mal, wer hier alles ein Dorag hat. Und schauen wir mal, in letzter Zeit war kein Albino dabei, aber der hier sieht sehr, sehr ähnlich aus. Der, den will der Herr oder die Dame, die ihn verkauft, nicht unter 150 Ether hergeben, 414.000 Dollar. Und wenn du mir auf YouTube gefolgt bist, dann hast du zu den Zeiten, wo diese Einkaufspreise möglich waren, davon gehört, wie interessant es sein könnte, so einen Kryptopunk zu kaufen. Und ich kenne Menschen, nicht nur Kunden von mir, die werden jetzt allerdings zu Kunden, die tatsächlich dann so einen Kryptopunk gekauft haben und jetzt extrem im Plus sind. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Mike, aber wie soll ich denn so einen Kryptopunk für 30.000, 100.000, also ich meine, du kriegst jetzt keinen Kryptopunk mehr. Wir müssen mal schauen, unter 143.000 Dollar. Es gibt aber die Möglichkeit, Anteile an Kryptopunks zu kaufen, wo du sehr günstig einfach kleine Anteile, wo so ein Kryptopunk aufgeteilt wird, kaufen kannst, wie eine Aktie an einem Kryptopunk. Und wie das geht, das sind zum Beispiel so Dinge, die ich den Menschen bei mir im Money Mentoring, The Future of Finance, erkläre. Wenn du dich dafür interessierst, hier drunter ist der Anmelde-Link, dann können wir telefonieren und schauen, ob das für dich was ist. Ich möchte dir noch ein paar andere Sachen zeigen, was wirklich sehr interessant war, sind die Bored Apes gewesen. Ich habe die Bored Apes damals entdeckt, als sie entstanden sind. Ich habe einen, man sagt da, gemintet. Dieser Bored Ape hat mich 0,08 Ether gekostet. Was sind 0,08 Ether damals ungefähr gewesen? Da waren wir bei ungefähr 2.000 Euro. Also 160 Euro. 160 Euro habe ich bezahlt, damit ich so einen Bored Ape minten kann. Kurz darauf hatten wir Money Mentoring-Runde. Ich habe meine Teilnehmer darauf hingewiesen. Da sind wir schon ein bisschen gestiegen gewesen. Da waren die dann schon so bei 0,16, teilweise 0,2, wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht mehr 160, sondern 320 Euro ungefähr. Wenn ich jetzt mal hergehe und schaue, so ein Bored Ape, also der hat diese Haut, die nennt man Cheetah, also Fur, Fell, Cheetah. Und wenn ich jetzt mal auf OpenSea gehe und schaue, was für Cheetah Bored Apes werden angeboten. Also wenn ich hier schaue, so einen ähnlichen Cowboy-Hut, Cheetah-Fell wie meiner, kostet jetzt 24 Ether. 24 Ether, ich habe 0,08 bezahlt. Wir teilen 24 geteilt durch 0,08 und sehen drauf, ich habe verdreihundertfacht. Ich habe meinen Einsatz verdreihundertfacht. Und wohlgemerkt, meine Kunden, die bei mir im Money Mentoring sind, die sich auch für NFTs interessieren und diese Dinge dann gekauft haben, haben ihr Geld auch in dem Bereich verdreihundertfacht. Ich weiß, das klingt unglaublich, aber auch hier ist es wieder so, du kannst hier sehen, das wurde gemintet vor drei Monaten. Du könntest jetzt hier reingehen, könntest die Ether-Transaktion ansehen und könntest sehen, dass ich den für 0,08 Ether gemintet habe. Und dann gibt es Kunstwerke. Ich liebe diese Alien-Clocks zum Beispiel. Diese Alien-Clocks, die kann man sich anschauen. Später wird es sicher mal Bildschirme geben, die an der Wand hängen und wo du dann eben solche Kunstwerke ausstellen kannst. Und diese Alien-Clocks habe ich kurz nachdem die rausgekommen sind, auch mit meinen Kunden drüber gesprochen. Und ich selber habe auch noch eine gekauft, wie du sehen kannst, hier damals für 0,45 Ether. Wenn ich jetzt also hier mal auf All Alien-Clocks gehe, dann bin ich im nächsten Tab drin, dann siehst du hier alle Alien-Clocks. Ich habe eingestellt, die man jetzt kaufen kann, also die nicht versteigert werden und Price Low to High. Gehen wir nochmal auf Refresh. Dann siehst du nämlich, dass die günstigste Alien-Clock, die du jetzt kaufen kannst, von denen gibt es nämlich nicht viele, 5,25 Ether kostet. 5,25 Ether, 5,25 minus 0,45 sind 4,8 Ether im Plus. Ether ist heute bei 2.300 Euro, also 11.000 Euro im Plus. Jetzt sagst du, ja Mike, ich kann jetzt aber hier nicht mit Tausenden von Euro um mich werfen. Ja, kann ich auch verstehen. Deswegen gibt es auch immer wieder Dinge, wie zum Beispiel, das ist ein Projekt, das ich entdeckt habe, das heißt World of Women. 10.000 verschiedene Frauen, ich habe das relativ früh entdeckt und habe hier diese Dame zum Beispiel gekauft für, wie du siehst, 0-Adress Transfer Sale to You für 0,11 Ether. Wenn wir jetzt mal auf die World of Women draufgehen, wo alle World of Women sind und stellen hier mal ein, dass wir Sort Buy, also Sortierung Low to High und jetzt kaufen machen wollen, dann sehen wir, dass die günstigste Dame jetzt für 0,45 Ether erhältlich ist. Wieder eine Vervierfachung. Und ganz interessant fand ich auch noch hier die Chromie Squiggles. Die Chromie Squiggles sind das erste Projekt von Artblocks. Das ist eine sehr bekannte Website, auf der Kunst gemacht und verkauft wird, Generative Kunst, also wo jedes Kunstwerk ein Einzelstück ist. Und die ersten, die verkauft wurden, sind die Chromie Squiggles. Ich habe die, weil ich gut vernetzt bin und teile das meinen Kunden natürlich auch immer mit, habe die relativ früh entdeckt. Habe diesen Chromie Squiggle, wie du siehst, hier gekauft für 0,34 Ether vor fünf Monaten. Wenn ich jetzt mal reingehe und gehe auf alle Chromie Squiggles anzeigen, gehe auf jetzt kaufen und gehe auf Sort Low to High, dann siehst du hier, dass du jetzt keinen Chromie Squiggle mehr unter 4,5 Ether bekommst. 4,5 Ether sind nur nochmal, damit wir es wissen, 4,5 mal 2300 sind 10.350 Euro. Wohlgemerkt, investiert habe ich, muss ich nochmal zurückgehen, in meinen Chromie Squiggle. Moment, so, der Chromie Squiggle ist meiner, habe ich investiert, 0,34 Ether, da war Ether auch noch ein bisschen niedriger, 680 Euro. 680 Euro Investment. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, okay Mike, das ist ja schön, aber diese NFTs, setzt sich das durch, wo geht denn da die Reise hin, soll ich da noch investieren? Und das ist keine Anlageberatung, aber ich kann dir nur sagen, wie ich ticke und was ich glaube. Ich glaube persönlich, die CryptoPunks waren die ersten NFTs, die es gab. Die sind, wie wir bei uns in der Szene sagen, die OGs, also die aller, allerersten. Und du siehst, für was für ein Geld die schon vor ein paar Monaten gehandelt wurden und für was für ein Geld jetzt die gehandelt werden. Mir kommen die so ein bisschen vor wie Bitcoin, nur dass es von Bitcoin halt bald irgendwann mal 21 Millionen gibt, momentan knappe 19. Und von den CryptoPunks wird es halt immer nur 10.000 geben. Und ich kenne sehr viele CryptoPunks, die haben mehrere, aber die würden niemals komplett ohne CryptoPunk mehr in ihrem Leben sein. Die werden bis ans Ende ihrer Tage einen CryptoPunk behalten wollen. Das heißt, da hast du schon sehr, sehr viele, die niemals verkaufen werden. Und was hast du, wenn du eine immer größer werdende Nachfrage von Menschen hast, die NFTs entdecken und die dann einen CryptoPunk kaufen wollen oder Anteile an den CryptoPunk und Menschen, die aber sagen, ich verkaufe aber nichts. Und es ist wirklich ganz interessant, die Menschen, die sich für NFTs interessieren, werden immer mehr. Als ich angefangen habe, habe ich mal bei Instagram nach dem Hashtag NFT gesucht und habe gesehen, okay, 155.000 Beiträge mit Hashtag NFT. Heute sind das 1,3 Millionen Beiträge mit Hashtag NFT. Wenn du aber jetzt nach Hashtag Bitcoin suchst, bist du irgendwie bei 13 Millionen Beiträge. Und Bitcoin ist noch nicht mal im Mainstream angekommen, sodass jeder weiß, was Bitcoin ist und wie Bitcoin funktioniert. Und jetzt gibt es von Bitcoin irgendwann mal 21 Millionen und von den CryptoPunks nur 10.000. Deswegen CryptoPunk aus meiner Sicht ein absolutes Blue Chip Investment für NFTs. Und jetzt eben auch möglich, teilweise CryptoPunks zu kaufen mit kleinerem Einsatz und nicht mit irgendwie 150.000 Dollar, was du jetzt hinlegen musst. Wie das alles geht, erkläre ich meinen Kunden immer im Money Mentoring. Einmal die Woche treffen wir uns über Zoom. Wie gesagt, wenn du dich da anmelden möchtest und dich für diese Bereiche interessierst. Es geht nicht nur um NFT, es geht auch sehr viel um Kryptowährungen. Und es geht auch um DeFi, um Decentralized Finance, wie du heutzutage noch Geld anlegen kannst und dafür auch Zinsen kriegst. All das zeige ich im ImmoMentoring, wie gesagt, hier drunter ist der Link. Meld dich gerne an, dann telefonieren wir mal und schauen, ob das für dich in Frage kommt und ob das für dich was ist. Wenn du dich jetzt weiter für NFTs interessierst, also die Frage ist wirklich, sind wir jetzt schon komplett überhitzt? Ich könnte mir vorstellen, dass wir schon gerade in diesem ersten Cycle, in diesem ersten Kreis jetzt schon mal am erst relativ hoch angekommen sind. Ich weiß das oder kann mir das ganz gut vorstellen, weil ich habe das bei Bitcoin erlebt. Ich habe damals Bitcoin gekauft bei 30 Euro, dann ist Bitcoin auf fast 1000 gestiegen, dann ist es wieder runter auf 130. Und diese Cycles, diese ganz hoch und wieder ganz weit runter, aber immer noch ein bisschen höher als es vorher war, hat Bitcoin schon ganz oft gemacht. Und deswegen bin ich an solche Bewegungen gewöhnt. Und deswegen für mich ist es durchaus vorstellbar, dass ein Kryptopunk, der heute 150.000 Dollar wert ist, in ein paar Wochen vielleicht nur noch 10.000 Dollar wert ist oder 5.000. Und sich dann aber wieder erholt vielleicht auf 300.000 Dollar. Also all das habe ich bei Bitcoin schon ganz, ganz oft und mehrfach gesehen. Deswegen, es könnte ganz gut sein, wenn man da jetzt reingeht, dass wir vielleicht auch in so einer Phase sind. Also gerade, du hast jetzt gerade diese Frauen gesehen. Es gibt ganz viele von diesen Projekten. Hey, 10.000 Frauen, 10.000 Totenköpfe, 10.000 Bullen, 10.000 Hunde. Und es kommen jede Woche ein paar von diesen Projekten raus und es setzen sich nur ein paar durch. Und es könnte sehr gut sein, dass wir schnell an einen Punkt kommen, wo das Angebot viel höher ist als die Nachfrage. Und dann brechen alle diese 10.000 Profilbildprojekte einfach zusammen wie so ein Kartenhaus. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dann immer noch welche überleben werden. Zum Beispiel die Kryptopunks oder die Bored Apes und es wird auch Kunst überleben, zum Beispiel von den Artblocks. Dafür muss man ein Händchen haben. Ich bin sehr tief drin in der Szene. Diejenigen, die in meinem Money Mentoring sind, wissen das, sind teilweise selber inzwischen auch schon sehr, sehr tief drin. Und man muss da ganz genau schauen. Und es ist ein Hochrisikoinvestment und es ist teilweise auch wirklich spekulieren. Es ist teilweise eine Art Zockerei. Im DeFi-Bereich gibt es andere Sachen. Da kann man für Dinge Zinsen bekommen, wo man ein hohes Risiko hat. Man kann aber auch für Geld Zinsen bekommen, wo man unter der Überschrift, dass Kryptowährungen und DeFi alles noch jung ist und deswegen immer noch risikoreich. Aber da gibt es Bereiche, die sind dann auch ein bisschen weniger risikoreich. Wie gesagt, das alles mache ich im Money Mentoring. Wenn du Fragen zu Kryptowährungen hast, einfach in die Kommentare rein. Zu NFTs natürlich. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal, wenn du dich für Kryptowährungen und NFTs und DeFi interessierst. Wie gesagt, ich mache ein Mentoring. Treffe mich einmal die Woche mit meinen Menschen. Und sage ihnen, in was ich gerade investiere. Und wenn dich das interessiert, melde dich einfach an für ein kostenloses Gespräch. Und dann schauen wir, ob das für dich was ist. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und ich bin ein großer Krypto-Punk-Fan. Und ich glaube, das wollte ich vorher noch sagen, viel von diesen Projekten können in die Knie gehen. Aber langfristig gesehen werden NFTs bleiben. Und es wird ein paar OG-Projekte geben. Krypto-Punks, Chromies, Quiggles, Bored Apes. Die natürlich Schwankungen haben werden. Aber die für immer da sein werden. Und die, glaube ich, in Zukunft sehr, sehr viel Geld wert sein werden. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du innerhalb der nächsten paar Jahre keinen Krypto-Punk mehr für unter eine Million Dollar kriegst. Das ist meine Überzeugung. Eine Glaskugel habe ich nicht. Aber ich verhalte mich nach meiner Überzeugung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns beim nächsten Video.